Musik & Movies, der Dolby-Podcast. Ja moin Andreas. Servus lieber Sven. Na, bereit für unseren neuen Podcast? Aber sowas von. Ja, dann sage ich mal, nicht nur dir, sondern unseren Zuhörern. Herzlich willkommen zu Music & Movies, dem ersten deutschsprachigen Dolby-Podcast. Ich bin begeistert. Es ist ein Hammer. Andreas, unsere Nummer 1, die Folge 1, Nr. 1. Da müssen wir natürlich auch mal zwei, drei Worte wechseln, mit wem die Hörer jetzt es sich so zu tun haben. Ja, und warum überhaupt und alles dieses ganz genau. Ja, was sollte man da sagen? Also wir zwei kennen uns schon eine Weile, nicht wahr? Wir kennen uns schon, unsere Beile haben uns beruflich oft sozusagen Auge in Auge gestanden und haben immer wieder festgestellt, da ist doch eine gemeinsame Basis. Ja, eine gemeinsame Wellenlänge, nämlich die Liebe für alles, was mit Entertainment zu tun hat. Absolut, absolut. Und uns liebt für Sport übrigens auch, wir beide mögen Fußball. Du den falschen Verein, ich den richtigen Verein. Und wer am Anfang aufgepasst hat, kann eventuell schon erraten, wo unsere jeweiligen Vereine aufgehängt sind. Ja, sag doch mal, in welcher Liga deine aufgehängt ist. Darüber möchte ich nicht sprechen. Nein, ich bin ein gebürtiger Hamburger und deswegen habe ich eine, sagen wir mal, eine blau-weiß-schwarze Raute im Herzen. Naja, und die weiß-blauen Rauten aus dem Süden, die mit dem roten Ring drumherum. Ach, die 60er, ach so. Ja, genau, die Champions League spielen, genau. Aber Stichwort Champions League, wir wollen uns natürlich mit Champions League des Entertainments beschäftigen, denn wir haben einen großen gemeinsamen Nenner und das ist Dolby. Es gibt so viele tolle neue Inhalte jede Woche, die mit Dolby Vision oder Dolby Atmos einfach am besten aussehen oder klingen und deshalb haben wir gesagt, ja, diese Highlights haben ihren eigenen Podcast verdient. Ja, und wer mit diesen Begriffen nichts anfangen kann, keine Sorge. A, ist es nicht wichtig, um diesen Podcast zu verstehen erst einmal, weil wir werden über die Entertainment-Inhalte sprechen. Wir reden über die Filme, über die Serien, über die Musik, die wir lieben, die wir mögen, aber auch die sozusagen aktuell ist, werden ein bisschen vielleicht auch mal die News-Streifen aus der Entertainment-Welt. Und es wird immer eher, zumindest ist es mein Part, implizit mit Dolby zu tun haben und nicht immer explizit. Aber nicht desto trotz, Andreas, werden wir auch im Verlauf unseres Podcasts das ein oder andere Mal vielleicht auch mal einen kleinen Fokus auf Dolby werfen. Mal erklären, was ist eigentlich das so mit diesem Atmos und dem Vision? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch auf unseren Insta- und Facebook-Channels schon festgestellt, alle, die uns folgen, tut das gerne auch an dieser Stelle, schon mal gesagt, ja, wollen ja auch ganz gerne mal ein bisschen durchs Schlüsselloch gucken, hinter die Kulissen gucken. Wir arbeiten sehr eng mit, Tonstudios zusammen mit, allen letztendlich, die an der Produktion auch mitwirken und insofern, ja, diesen Einblick geben wir wirklich gerne. Ja, aber das Wichtige ist und das Zentrale ist, Andreas und ich haben immer schon wieder, immer schon sehr viel über Entertainment geschrieben. Was war der letzte Film? Hast du die Serie gesehen? Was hältst du von der Folge? Oder auch Musik, die uns ja auch verbindet. Und das Spannende ist, dass Andreas und ich auch eine große Schnittmenge an gemeinsamer Musik haben. Wir haben auch schon mal gemeinsam Metallica gehört. Aber wir haben auch eine große Menge, die sich nicht so überschneidet. Und von daher wird das sehr vielfältig werden in diesem Podcast. Aber wir können euch sagen, alle 14 Tage werden wir erstmal bei euch immer im Podcast-Client eurer Wahl vorhanden sein. Und bei einer guten Tasse Tee, in meinem Fall. Und Kaffee, in meinem Fall. Über all das Quatschen, was uns gerade bewegt. Die neuesten Blockbuster-Serien-Highlights und was in den Charts gerade so los ist. Und wenn auch mal was Aktuelles in dem News-Bereich stattfindet, gerade durch die große Streikwelle in Amerika, sind die Hollywood-News ja ein bisschen spärlich gesät. Aber das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten natürlich wieder ändern. Ein Teil des Streiks hat sich ja schließlich auch schon aufgelöst. Ja, zum Glück. Ja, und damit nicht genug. Denn zu alledem, das Sven hier schon versprochen hat für unseren Podcast, gibt es jeweils ein spannendes und ganz exklusives Interview mit einer Persönlichkeit aus der Entertainment-Welt, die wir natürlich unter anderem auch befragen, was für sie Dolby ausmacht. Genau, und wer heute zu Gast ist, habt ihr natürlich im Titel der Podcast-Folge schon gesehen. Aber dazu kommen wir ein bisschen später, wenn da das Interview kommt. Aber was ganz, ganz wichtig ist, nicht nur die Prominenten, die sich hier bei uns das Mikrofon in die Hand geben, sozusagen als Staffelstab, ist auch eure Meinung und euer Feedback. Und da werdet ihr in den Shownotes ganz viele Informationen finden und Möglichkeiten, sich an uns zu wenden und zu schreiben oder vielleicht mal Hallo zu sagen und vor allem Feedback und Kritik zu üben. Aber jetzt mal ganz genug. Der Vorrede. Der Vorrede, genau. Genug von uns. Jetzt lass uns doch mal ein bisschen über Musik quatschen. Du hörst doch Musik, Andreas, ne? Bist du auch ein Zwifti? Nein, ich bin vielleicht ein Fifty. Oh! Aber kein Zwifti. Aber nichtsdestotrotz ist mir nicht entgangen, dass die gute Taylor Swift einen Hammer rausgehauen hat. Ja, das ist absoluter Wahnsinn. Und das ist auch so ein Part, um euch das beispielhaft zu zeigen, dass bei uns die News auch manchmal so übergehen in die reine Musiklehre, sage ich mal. Weil das, was Taylor Swift gerade macht, ist ja unglaublich. Oder also ich meine, die ist ja ein irre, unfassbarer Superstar. Du kommst an ihr gar nicht mehr vorbei. Und die neueste Zahl ist ja, ich meine, alle Zahlen sind so unfassbar. Ja, aber ihr neuer Kinofilm, also der Konzertfilm, ich glaube, The Era oder Era, The Konzertfilm, glaube ich, irgendwie konzentriert. The Era Tour, genau. 100 Millionen Dollar hat er eingespielt, bevor er überhaupt ausgestrahlt wurde. Nämlich nur rein im Vorverkauf. Ich finde das ein absolutes Wahnsinn, was da irgendwie rund um die Taylor Swift gerade passiert. Ja. Kannst du das verstehen? Ich bin, glaube ich, nicht die Kernzielgruppe. Ich finde, sie macht es toll. Ich bin ein Marketingmann und ich finde natürlich, wenn sowas funktioniert, wenn sowas global funktioniert, finde ich es großartig. Deswegen sei allen unbenommen und hört unbedingt rein. Taylor Swift macht eine ganze Menge ihrer Musik oder bringt eine ganze Menge ihrer Musik in Dolby Atmos. Ganz wichtig. Auch ihr ganz bekanntes Album 1989 erscheint jetzt neu in Atmos und als Taylor Version sozusagen nochmal frisch aufgelegt. Ist dann ihr fünftes Album, das sie neu aufnimmt. Also da passiert echt eine ganze Menge. Deswegen, das freut uns natürlich auch sehr. Und es lässt sich einfach alles nochmal neu anhören, nochmal neu erleben. Und da höre ich bestimmt auch rein. Ja. Als 50-50. Und weil ich weiß, dass es dir gefällt, sage ich noch einmal, Dolby Atmos ist wirklich nochmal ein Schritt mehr. Es ist auch gar keine große Hürde. Einfach Kopfhörer aufsetzen und bei einem Streaming-Dienst des Vertrauens. Vielleicht können wir sie so zwei, dreimal nennen. Tidal, Amazon Music. Und Apple Music. Apple Music. Da finden sich schon also wirklich mehrere 10.000 Songs in Dolby Atmos. Und die Bühne wird größer. Es ist einfach sensationell. Jetzt ist mir schon fast unangenehm, wie viel du über Dolby Atmos sprichst. Ja, ja. Da sage ich nur, sage ich nur, shake it off. Ja, genau. Als alter Swifty. Apropos alt. Apropos alt. Apropos alt, ja, genau. Unser nächstes Thema ist ja eher so eine kleine Reminiscenz nach hinten. Und nach vorne. Aber mit einem brandneuen Album. Die Rolling Stones sind wieder da. Man denkt ja immer, sie sind schon ... Sie sind schon ... Aber sie sind wieder da. Ganz genau. Hackney Diamonds heißt das Album. Am 20.10., also noch diesen Freitag, wenn ihr den Podcast gleich zum Start hört, seid ihr aktuell dabei. Ist es soweit, kommt auf den Markt. In Dolby Atmos. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon die Singles Angry und Sweet Sounds of Heaven, Duett mit Lady Gaga gehört. Und Stevie Wonder, habe ich mir sagen lassen. Oh ja, ja, stimmt ganz genau. Also schon mal sehr viel versprechen und der Rest des Albums auch. Ich konnte nämlich schon ein paar Songs mal vorher reinhören, insofern kann ich nur empfehlen. Aber für euch ein ganz wichtiger Tipp. Ihr könnt das, wenn ihr sagt, ja, auf dem Kopfhörer oder zu Hause ist ja ganz nett, aber ich mag mal so ein schönes Home-Entertainment-Setup hören und ihr möchtet dieses Album erleben in einem besonderen Umfeld. Es gibt die Hackney Diamonds Pop-Up Tour 2023 quer durch Deutschland. Das heißt, es fährt ein geiler, richtig geiler Doppelstock-Bus, fährt durchs Land und hat ein Sonos-Heimkino-Setup mit im Gepäck. Und da könnt ihr an verschiedenen Stationen, es geht auch diesen Freitag am 20., nee, Entschuldigung, am 19. geht es sogar schon los in Hannover, da könnt ihr Hackney Diamonds sozusagen im Bus in Dolby Atmos hören. Das ist eine ganz coole Sache. Also Hamburg, Hannover, Lingen, Leipzig, Köln, Frankfurt, Nürnberg, also es sind eine ganze Menge Stationen. Also schaut einfach vorbei, würde ich mal sagen, ist eine coole Tour. Und die Infos findet ihr auf hackneydiamonds-bustour.de, falls ihr da euch erkundigen wollt, wo, wann genau. Ist eine coole Geschichte und das Album, wie gesagt, auf den Streaming-Diensten, also ganz cool. Also ich sage nur, vergesst den Coca-Cola-Bus, wartet auf die Hackney Diamonds von den Rolling Stones. Sensationell. Ganz genau. Und wo wir schon gerade von Touren sprechen, ich habe noch einen Termin-Tipp für euch. Visions of Sound. Das ist so eine Geschichte, ein Mensch namens Christoph Diekmann, ich nenne ihn einfach mal, er ist da sehr engagiert, arbeitet sehr stark mit Händlern zusammen. Wenn ihr gerade Lust habt, Dolby Atmos Musik mal live zu, naja live, also in einem wirklich hochkarätigen Heimkino-Setup zu erleben, dann geht mal zu einem Fachhändler bei euch vor Ort. Visions of Sound macht es möglich, auch diese Tour, eine Roadshow durch Deutschland startet, nämlich am 20.10., fängt an bei Hört sich gut an in Bielefeld, geht dann über unsere Freunde von Grobi TV in Cast. Ich kann euch jetzt schon sagen, von denen wird er denn diesen Podcast garantiert auch hin und wieder mal noch hören, am 21.10. Es geht über Bayersdorf, Dresden, Hamburg, also auch da eine Menge Termine, visionsofsound.live.slashevents, schaut da mal rein und gebt euch Dolby Atmos in einem richtig geilen Setup, das ihr vielleicht auch gerne dann mal nachher zu Hause hättet und die Ohren. Ich hoffe, wir haben kein Phrasenschwein. Weil? Was habe ich schon so oft gesagt? Nee, ich würde sagen, da ist Musik drin, wollte ich sagen. Ach so, ja, jetzt aber ab jetzt zähle ich mit. Genau, kriegen wir das beim Film auch hin, sag mal? Ja, schauen wir mal, das könnte durchaus passieren, denn genau, nach so viel Musik müssen wir jetzt mal zum Film kommen, ganz genau. Und zwar, diese Woche ist Kinozeit, würde ich sagen, ab Donnerstag. Andreas, da hast du vollkommen recht, Donnerstag ist Kinotag und an diesem Donnerstag, den 19. Oktober, startet ein ganz besonderer Film in den Kinos, denn Martin Scorsese hat mal wieder zugeschlagen, ein dreieinhalb Stunden Epos, Killers of the Flower Moon, ein wunderbares Stück mit ganz, ganz vielen Stars, basierend auf David Grants 2017 erschienenen US-Bestseller des gleichen Namens. Er erzählt die Geschichte, wie eine Mordserie an der amerikanischen indigenen Osage Nation wegen Ölreserven auf dem Land mit dem neu gegründeten FBI zusammenfällt. Ja, ja, gespielt wird das Ganze nämlich von Jesse Plymouth, der ist bekannt aus Breaking Bad, der spielt nämlich den Tom White, einen FBI-Agenten, der von einem Texas Ranger zum FBI wechselt und eben nach Oklahoma geschickt wird, wo die Mordserie stattfindet, um diese aufzuklären, nämlich an den damals sehr wohlhabenden Mitgliedern der Osage Nation. Ursprünglich war im Übrigen Leonardo DiCaprio, der auch in dem Film mitspielt, für die Rolle des White vorgesehen, der steht auch eigentlich im Mittelpunkt des Buches, aber Scorsese, DiCaprio und auch De Niro selbst, also die drei Großen in dem Film, beschlossen gemeinschaftlich nicht die eigentliche FBI-Untersuchung ins Zentrum zu stellen, sondern das Drama rund um die Morde. Also spielt DiCaprio nämlich Ernest Burkhardt, der als Veteran des Ersten Weltkrieges zurückkehrt und der wird ganz, ganz schnell von seinem Onkel, gespielt von Robert De Niro, übrigens sehr göttlich, wenn ich den Trailern glauben darf, unter Druck gesetzt wird er. Er soll sich nämlich den Osage annähern und durch eine Hochzeit sich die Reichtümer erschleichen. Naja, schließlich verliebt er sich, wirklich hätte es anders sein können, aber als immer mehr Mitglieder der Familie ermordet werden, kommt dann eben nicht schließlich der Plymouth als White in die Stadt, um herauszufinden, wer hinter den Morden steckt. Und ich glaube, mehr sollte ich nicht verraten, nicht mehr spoilern, aber das Ganze sieht einfach sehr, sehr klasse aus und macht total Spaß. Also genug Stoff und Material, um Drama und vor allem auch jede Menge schöne Bilder einzufangen. Die ist natürlich, du wirst es mir sagen, in Dolby Vision gibt. Ja, zumindest wenn du in der Region von München, Linz, Salzburg oder Wien lebst, dann würde ich an deiner Stelle einfach in ein Dolby Cinema gehen. Da hat man es in Dolby Atmos, kriegt man es in vielen Kinos bundesweit, auch in Österreich, in der Schweiz, aber man kriegt ihn in den Dolby Cinemas, auch in Dolby Vision, das ist das Coole dabei, das stimmt. Genau, aber vertraut uns, wir erwähnen diesen Film nicht nur, weil er in Dolby abgemischt ist, sondern weil es einfach ein Ereignis sein wird. Also geht ins Kino, irgendwann wird er auch bei Apple TV Plus, denn die haben das Ganze hauptsächlich mitfinanziert zu sehen sein. Aber auch da muss man ja Geld bezahlen, von daher gebt doch einfach einem schönen Kino eurer Wahl um die Ecke die Kohle und schaut euch dieses Epos auf der Leinwand an. Es lohnt sich auf jeden Fall und ich bin mir ziemlich sicher, Anfang nächsten Jahres zu den Oscars. Könnte eher eine Rolle spielen. Dann könntet ihr sagen, den Film habe ich schon gesehen, ganz genau. Aber sag mal, was war denn dein letzter Film, den du im Kino gesehen hast? Ich kann mich kaum, ich war sehr lange nicht im Kino. Ja, ich war auch eine Weile nicht, aber ich war ja erfreulicherweise bei einer schönen Eröffnung eines wunderbaren Kinos in Bad Homburg. Kinopolis hat dort einen Dolby Atmos Multiplex eröffnet, sieben wunderbare Säle mit Dolby Atmos und ein wunderschönes Premium Kino. Und da gab es den Film Wochenend-Rebellen mit Floyd und David Fitz und Eileen Tetzel in den Hauptrollen. Ein deutscher Film, eine sehr, sehr anrührende Geschichte. Also wer das noch nicht gesehen hat und ich verspreche auch, der ist nicht dreieinhalb Stunden lang, also den kann man auch mal an einem normalen Abend durchaus durchziehen und lohnt sich auf alle Fälle anzugucken, das mal nebenbei. Aber wir gucken ja nicht nur Filme, wir gucken auch Serien, Sven, ne? Ganz genau und damit ihr mal so ein kleines Gefühl dafür kriegt, wie wir uns das so vorgestellt haben. Und wir haben uns zumindest vorgenommen, das kann man glaube ich sagen, dass wir euch zu jeder Episode vielleicht anhand einer ersten Folge, das war so unsere Idee, also eine Pilotfolge einer Serie uns mal anschauen und euch sagen, ob sich das Ganze denn lohnt oder nicht. Und da habe ich mir diese Woche mal eine Serie vorgenommen, die sozusagen sich anhand ihres Titels bei mir schon verkauft hat, weil The House of the Fall of Usher, jetzt gerade ganz frisch bei Netflix angelaufen, wir möchten übrigens sagen, wir kriegen weder von Netflix noch von irgendwelchen Kinos Geld, wir sind einfach leidenschaftlich und wenn es da läuft, dann erwähnen wir das, ist eine Serie, die auf einer Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe basiert. Und Edgar Allan Poe, der große amerikanische Gothic-Autor, ist sowieso in meinem Herzen schon immer sehr, sehr tief verwurzelt gewesen. Und ich dachte mir, hey, demnächst ist Halloween und da kann man doch mal einen Blick auf so eine kleine, etwas gruselige Serie schmeißen. Und Edgar Allan Poe ist schon auch im Film eigentlich schon seit den frühen 60ern in meinem Herzen, weil da gab es immer diese Roger Corman-Filme, ich weiß nicht, ob du die kennst, Andreas, mit dem göttlichen Vincent Price. Also das war etwas, was mich schon immer und immer wirklich komplett fasziniert hat. Die habe ich unfassbar, die habe ich aufgesogen. Das Schauspiel von Vincent Price mag man vielleicht ein bisschen kitschig, also der Mann hat mich einfach fasziniert. Ich fand das immer, immer klasse. Und jetzt hat Regisseur und Filmemacher Mike Flanagan, der jetzt ja in den letzten Jahren sehr viel für Netflix gemacht hat, hat jetzt sich auch dem Edgar Allan Poe vorgenommen und schreibt da so ein bisschen die Geschichte der Story Fall of the House of Usher nach. Aber sehr, sehr frei, muss man sagen. Es geht um einen Roderick Usher. Wer hätte das gedacht, einen sehr, sehr reichen, in diesem Fall offensichtlich Pharmaindustriellen, der ein bisschen Dreck am Stecken hat. Und die Geschichte läuft einfach so, dass das Ganze fängt an in einer Kirche, wo der Roderick Usher seine gesamten, also seine Kinder, Er hat sechs Kinder von fünf Frauen und die trägt er zur Grabe. Und der wunderbare Carl Lambie, der Schauspieler, spielt den Dupin, einen Staatsanwalt, der den Usher schon seit Ewigkeiten versucht, weil da so ein bisschen Dreck am Stecken irgendwie hinter Gitter zu bringen, wird von ihm eingeladen. Und der Roderick Usher beschließt, einmal sich zu öffnen und natürlich auf seine eigene Art und Weise ihm zu erzählen, was denn alles so passiert ist. Und er möchte angeblich ein Geständnis machen. Also, lange Rede, gar keinen Sinn, hätte ich beinahe gesagt. Die acht Folgen, die haben alle Titel von unterschiedlichen Edgar Allan Poe-Kurzgeschichten. Deswegen wird wahrscheinlich es nicht nur um diesen einen Fall gehen, sondern The Raven und Murders in the Room of Geek, The Black Cat. Da gibt es unterschiedliche Kurzgeschichten, die da immer anhand, und jede Folge wirft offensichtlich später dann einen Blick. Und ich kann von der ersten, auf eines seiner Kinder im Übrigen, und dann wird, erzählt der Roderick, was dem dann wohl widerfahren ist und was da alles so hingeführt hat. Ich weiß nur, dass die erste Folge schon so, so spannend war. War dieser Bruce Dern, Quatsch, Bruce, wie heißt er nochmal? Bruce Greenwood heißt er. Bruce Greenwood und Bruce Dern, die beiden habe ich schon immer irgendwie durcheinander gekriegt. Auf jeden Fall, Bruce Greenwood spielt den Roderick Usher. Ist natürlich ein schweres Erbe, gegen Vincent Price anzuspielen, der ja meistens die Hauptrollen gespielt hat in den alten Filmen. Aber der Bruce Greenwood macht das hervorragend, ist total klasse. Mark Hamill als Anwalt der Usher's, der sehr zwiespältig ist und ein sehr dunkles Licht hat, spielt wunderbar. Luke Skywalker ist zu keiner Sekunde zu sehen, um ehrlich zu sein, und ich finde, das will schon einiges heißen. Also es ist einfach, es sind Bilder, es sind Sets, es ist eine Stimmung, es ist eine hervorragende Musik. Das gesamte Setting und wie die Serie gemacht ist, das ist eigentlich der eigentliche Fokus und sie macht einfach Spaß zu sehen, hat schöne Bilder. Du weißt, wer dafür verantwortlich ist und natürlich auch einen tollen Sound. Aber unbedingt anschauen und wenn möglich abends Gardinen zu, Lichter aus und anschalten. Glückwunsch, du hast mir richtig Lust und Laune auf diese Serie gemacht. Ich freue mich jetzt schon und ich werde wahrscheinlich heute Abend noch hier Netflix starten und The Fall from the House of Usher gucken. Aber wenn du schon so viel Leidenschaft in die Erzählung dieser Serie legst und wenn du mir zum Prize erwähntst, dann denke ich mir beim Stichwort Halloween, du hast glaube ich sicherlich noch ein paar Favoriten. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie deine lauten. Genau, Mensch Halloween, da gibt es ja ein paar Filme, da könnten wir in der Tat mal ein paar... Horrorfilme, oder? Jetzt mal. Machen sie mal auf den Tisch. Genau, also ganz oben biete ich dir The Shining an, mit dem göttlichen Jack Nicholson, Stephen King Verfilmung, die einfach ist ein No-Brainer. Die muss man einfach mit dabei haben. Ich bin ein riesen Tim Burton Fan, muss man sagen. Also ich stehe auf Tim Burton und ich fand zum Beispiel auch die Serie Wednesday, ein kleiner Ausflug, fand ich sensationell. Aber Nightmare Before Christmas finde ich nach wie vor sensationell, Stop-Motion-Film von Tim Burton und ein Frühwerk, mehr oder weniger von ihm, Beetlejuice, mit dem jungen Michael Keaton. Sensationelle Filme mit Witz, mit Charme, mit Charisma und mit sensationellen Soundtracks. Was haben wir noch? Weiße Hai, hey, Horrorfilme. Ja gut, okay. Stephen King, ja, also muss man eben, und ich verrate nicht zu viel. Stephen Spielberg, aber egal. Ich habe Spielberg, du hast recht, ich habe King gesagt, du hast so recht. Naja, und die ganzen Winston-Price-Filme, wenn es um Grusel und Horror geht, habe ich ja eben schon gesagt. Hast du, du hast auch ein paar auf dem Zettel bestimmt, oder? Ja, schon, ein paar hast du mir ehrlicherweise schon entrissen, weil an sowas wie Nightmare Before Christmas und dem Weißen, hey, will ich jetzt auch nicht vorbeikommen. Aber bei mir darf natürlich auch eine gute Quentin Tarantino nicht viel vom Dust Till Dawn, muss sein. Ah, sensationell. Ja, und dann, ja, The Sixth Sense, finde ich, einer der richtig guten Filme mit Bruce Willis, auch wenn es mal eine ganz andere Rolle ist. Ich liebe auch Filme mit einem Twist am Ende, auf den man nicht kommt, wenn man nicht gespoilt wurde. Ich weiß gar nicht, ob solche Filme heute noch gehen, weil das mit dem Spoilen ist ja echt schon, das ist ja schwer, ja. Gute Frage, gute Frage, ja. Aber sehr sensationell. Dann darf nicht fällen ein absoluter Horror-Klassiker des Texas Chainsaw Massacre. Der Klassiker oder die Neuauflage? Der Klassiker. Ah, sehr schön. Nein, genau, stimmt, da wollen wir schon genau sein. Und jetzt kommt's, man muss, ich finde, zwischendurch muss man einfach auch mal einen der Scream-Filme gucken. Also Scream 1 war natürlich cool, es war jetzt nicht jeder gleich, gut, keine Frage. Der Vierer war noch ganz okay und jetzt, kürzlich habe ich erst den Teil 6 gesehen und ich kann nur sagen, ja, das macht mal wieder Spaß. Ja, die Screams sind geil, auf jeden Fall. Und last but not least, weil ein bisschen anderer Dreh-Style damals gewesen, inzwischen natürlich häufig kopiert, Blair Witch Project. Auf gar keinen Fall. Aus dem Grund, weil er zu gut ist. Alles klar. Na gut. Da habe ich einfach zu viel Schiss. Da habe ich zu viel Schiss. Da, da, nee, da kann ich nicht. Das ist einfach zu viel Horror. Apropos Horror. Naja, aber Horror und diese Filme, ob gut oder schlecht, sie bieten uns gleich eine super Überleitung. Und Überleitungen sind ja sowas von wichtig in einem Podcast, finde ich. Ja, aber hallo. Die Überleitung zu einem Menschen, den ihr alle kennt, der uns, auch für uns schon lange, unser Guide für Horrorfilme in jeder Beziehung ist eigentlich. Und wir freuen uns einfach riesig, dass er uns in diesem Podcast, in unserer ersten Folge von Music & Movies, die er gibt, hier kommt unser Interview mit Olli Kalkofe. Ich wünsche euch viel Spaß. Viel Spaß. Das Music & Movies Interview. Er ist Comedian, Schauspieler, Synchronsprecher, Moderator, Autor und Deutschlands TV-Kritiker Nummer 1. Nahezu alles, was er macht, ist von Erfolg gekrönt, denn er kann auf eine sehr loyale Fanbase zählen. Nicht zuletzt gehören Andreas und ich auch dazu. Seit einiger Zeit zählt er nicht nur mit Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys, ebenfalls zur Gattung der Podcaster. Er ist einfach ein Multi-Universum, was die Medien betrifft. Und alles macht er erfolgreich. Und wir freuen uns, dass er unser erster Gast ist bei Music & Movies. Herzlich willkommen, Oliver Kalkofe. Uhu, ja, das ist wirklich, ich freue mich sehr, als mein eigenes Multiverse angekündigt zu werden. Ich bin davon geritten, was soll ich sagen? The Multiverse of Madness, ja, wir kennen es. Ja, aber da bin ich stolz drauf, finde ich gut, das klingt sehr gut. Aber du, lass uns doch gleich einfach mal ganz kurz da schon einsteigen. Ich meine, habt ihr damit gerechnet, Oliver und du, also Olli und Olli, habt ihr damit gerechnet, dass die Boomer Boys so unfassbar erfolgreich werden? Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Nein, also erstens mal, wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so erfolgreich wird. Und wir sind mega glücklich, dass es so erfolgreich geworden ist. Es kam eigentlich wirklich nur so dazu, weil wir gesagt haben, wenn wir noch irgendwann mal einen Podcast machen wollen, dann ist es allerhöchste Zeit, weil wir sind die allerletzten. Wir wissen nicht, wie lange es noch Podcast geben wird, weil irgendwann ist der Markt überschwemmt. Und zwei alte, weiße, dicke Männer, die braucht ja eigentlich die Podcast-Welt auch nicht, hat man erst gedacht. Aber dann war es so, dass ich Welke ja nun auch schon so lange kenne, seit dem Studium, also noch bevor wir bei Frühstücksradio oder irgendwas angefangen haben, da kannten wir uns ja schon und haben uns jetzt in der letzten Zeit wirklich verdammt selten gesprochen, weil er eben in Köln-Bonn in der Ecke wohnt und ich in Berlin. Und dadurch kam irgendwann mal die Idee, als wir uns dann doch mal wieder gesehen haben und beim Griechen essen waren, dass wir dann nach einigen Uso sagten, also eigentlich wäre doch ein Podcast ganz schön und dann sprechen wir wenigstens auch mal jede Woche miteinander. Und genau das tun wir jetzt und es macht uns sehr, sehr viel Spaß und zum Glück, wie es scheint, in Hörern ebenfalls. Und wir sind total happy, dass wir damit irgendwie da die Nummer 1 der ARD sind und über all das so gut läuft und da hat keiner mit gerechnet. Wir haben gedacht, wir machen das mal so ein paar Folgen und gucken mal, wie lange es dauert, bis man uns rausschmeißt, aber es hat super funktioniert und macht uns allen große Freude. Ja und jetzt bist du heute in unserem Podcast und kannst damit feststellen, ihr wart gar nicht die allerletzten, sondern die vorletzten. Gott sei Dank. Ganz genau. Da du jetzt mitten im Dolby-Podcast bist, müssen wir natürlich ein bisschen über Dolby sprechen und da würde mich jetzt einfach mal ganz schwer interessieren. Was sind deine ersten Erinnerungen, was sind so deine ersten Gedanken, wenn du an den Namen Dolby denkst? Also ich weiß, dass Dolby der Name mich mein ganzes Leben irgendwie in irgendeiner Form verfolgt hat. Es war immer so ganz früher, ich muss mich jetzt ja outen, dass ich schon in der Mitte der 60er geboren bin und damit, das heißt also ich habe die 70er und die 80er vor allem in meiner Jugendzeit durchlebt und da war Dolby dann immer das Zeichen für guter Ton. Also erst mal bedeutete das für mich lange Zeit nicht mehr als guter Ton. Wenn da irgendwo stand eben Dolby, Chrom-Kassetten-Sound oder Dolby-Stereo war es dann, dann hieß es, ah, das ist besser als dieses schrabbelige Teil, was du vorher hattest, irgendwie so Mono-Kassetten-Rekorder oder was auch immer man für einen Scheiß am Anfang hatte. Das war schon mal immer ein Qualitätsmerkmal und später kam dann das zweite, war dann im Kino im Grunde. Also das dann, auch Kino war ja anfangs eigentlich noch ein kaum heute noch vorstellbares Erlebnis. Also man hatte ja wirklich zum Teil kleine Kinos oder olle Kinos mit schlechtem Ton und schlechtem Bild. Da hat das, sag ich mal, die meisten haben zu Hause heute bessere Möglichkeiten, als wir es damals vielleicht dann sonntags im Nachmittagskino hatten. Aber dann war immer, wenn irgendwie dann kam Dolby-Stereo und dann später eben, also bis heute Dolby-Atmos und die ganzen vielen 5.1, 6.1, weiß nicht was alles, dann wusste man immer, oh, es wird immer besser und der Ton ist richtig geil. Und das war einfach immer für mich das Zeichen für, das bedeutet guten Ton und das wird gut klingen. So, das ist das Haupt. Mehr weiß ich auch gar nicht. Da hört mein Wissen auch schon auf. Das ist ja ganz, ganz wichtig, außer abgesehen davon, dass es auch ums gute Bild geht natürlich mit Dolby Vision. Aber dazu kommen wir natürlich noch. Ich glaube, das Thema Kino, du hast es ja schon angerissen, ist ja dein Leib- und Magenthema, Filmserien, all das. Wie wichtig ist dir dieses Thema Kino immer gewesen in deinem ganzen Leben? Und es hat ja auch zu, dazu kommen wir gleich noch zu, ganz interessanten Formaten geführt, die jetzt im Fernsehen zu sehen sind, lange im Fernsehen zu sehen waren. Ja, also ich bin immer schon Kino begeistert gewesen, Kino und Fernsehen. Und zwar einfach deswegen, weil der Rest des Lebens so stinklangweilig war. Also ich bin in Engelbostel und später in Peine groß geworden und da war nichts los. Und das kann man, die jungen Menschen heute können sich gar nicht vorstellen, wie so ein Leben ohne Handy, ohne Spiele, ohne Social Media, ohne irgendwas war. Also du konntest rausgehen, aber da war auch nicht mehr los. Also das war auch langweilig. Und es gab nur ganz wenig Möglichkeiten, wo du dich an Kneipen oder Diskus oder sonst was, also erstens mal, am Anfang ist man noch viel zu jung dafür, aber auch dann, wenn man alt genug ist, hieß das nicht, dass es auch was gab. Also bei uns gab es da wirklich wenig und ich war auch nicht sportlich und konnte mich jetzt nicht in irgendeinem tollen Sportverein integrieren. Also daher blieben mir nur Fernsehen und Hörspiele oder Radio und Kino natürlich. Und im Kino habe ich alles aufgesaugt, was irgendwie möglich war. Jede Woche bin ich immer in die Sonntagsvorstellungen rauf und runter gegangen, in der Woche so oft, wie es ging und im Fernsehen alles geguckt und sowas möglich war. Und das Erste, was ich mir später dann geleistet habe, also ich wollte immer schon so einen möglichst guten Ton und möglichst gutes Bild haben. Das heißt, ich habe schon immer erst versucht, überhaupt den Sound für Stereoanlage oder wie auch immer man das früher nannte, mit Kassettendeck und allem so diese Kombianlagen, das irgendwie so gut wie möglich, wie es mit den geringen finanziellen Möglichkeiten und dem kleinen Zimmer und so möglich war. Aber das doch irgendwie hinzubekommen und dann später auch das Fernsehen. Und als ich mitbekam, dass eben Dolby Surround Sound existierte und der im Kino langsam eben populär wurde, das fand ich mega geil, war mein größter Wunsch, eine selber eine Surround-Anlage zu haben. Und das war ja erst mal utopisch. Ich spreche jetzt also von Anfang der 90er. Und Anfang der 90er fing ich dann auch an, im Radio zu arbeiten. Und da habe ich dann als erstes einmal mit einem Techniker, der da arbeitete, ein sehr, sehr netter Mensch, geredet, wie man das zu Hause selber machen kann. Da haben wir versucht, selber eine Surround-Anlage aufzubauen und zwar mit No Budget. Also das heißt, nur billige Lautsprecher, ein Subwoofer, den ich damals erst kennenlernte, was das überhaupt ist und so weiter, gekauft und alles so zusammen gekauft. Und dann hat der versucht, das irgendwie selber anzubauen. Ehrlich gesagt, es hat über einen Tag lang bis in die Nacht gedauert. Der hat geschwitzt und geschraubt und gemacht und ich konnte überhaupt nicht helfen, weil ich nichts verstanden habe. Und es klang am Ende doch kacke. War leider ein Griff ins Klo. Aber trotzdem, es war echt super. Und als ich dann das erste Mal Geld verdient habe, und das ging halt plötzlich schnell, ich habe noch studiert, und habe plötzlich zum ersten Mal, hatte ich plötzlich richtig Geld durch Tournee und eine CD und im Radio ganz viel gearbeitet. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich damit mache und dachte so, wo andere Jungs sich dann vielleicht ein tolles Auto oder sonst irgendwas kaufen, das hat mich nie interessiert. Mein erstes, also was ich mir dann von meinem ersten großen, größer verdienten Geld gekauft habe, war eine Surround-Anlage. Und zwar damals von Bang & Olufsen. Das waren die einzigen, die welche hergestellt haben. Mit, eben noch für VHS-Kassetten, also noch Kassetten und mit Surround-Anlage. Und das war dann dieser, vielleicht einige kennen das, vielleicht noch dieser Fernseher, wo so der Vorhang aufgeht mit so einem Dreieck unten, mit so einem blauen Dreieck unten und eine CD- und Kassettenanlage, wo die mit so einer Glastür davor, die zur Seite gleitet. War mega schick, war ganz toll. Dann so vier Säulen im Raum. Und das war mein größter Stolz. Und ich habe jedem, jedem, der kam, ob er wollte oder nicht, das natürlich präsentiert. Und fast immer mit der in England gekauften VHS-Kassette von Stirb langsam, von Die Hard. Von dem ersten Teil. Vom ersten Teil. Einer meiner Lieblingsfilme. Und da wird natürlich, also da ist natürlich geil vom Sound her und wird geschossen und so. Und der Film beginnt halt mit dem Flugzeug, das landet. Und man, das fliegt über den Kopf und landet eben vor einem. Und man hört, wie die Reifen quietschen und das Gummi auf dem Asphalt quietscht. Und das habe ich immer allen vorgeführt. Und ich weiß nicht, wie oft ich damals Die Hard gesehen habe, allein also bestimmt hundertmal, weil immer dieser Film rausgeholt wurde, um zu zeigen, wie geil diese Anlage ist. Und das hat sich dann bis heute fortgesetzt. Aber das waren die Anfänge, wie alles begann. Ja, aber Die Hard haben wir jetzt gehört. Gibt es so Filme, die du immer wieder sehen kannst? Hier mein Beispiel ist immer, wenn nachts ein Bond-Film läuft, das keiner um drei Uhr, wenn ich ins Bett gehen will, ich kann nicht ausschalten. Auch sei es mit Werbung, bei ZDF, wo auch immer. Ich bleibe immer dran. Ja, die Bond-Filme alle, also vor allem die eben bis zu Timothy Dalton quasi, also die Connery und Roger Moore-Filme waren die ersten, die ich auf Videokassette hatte. Zum größten Teil noch illegal damals besorgt, aber ich hatte die und war ganz stolz. Und ich weiß nicht, wie oft ich vor allem in den Ferien, alle waren immer in den Ferien, wie ich war ganz viel dann zu Hause und da war dann noch weniger los als sonst, wo schon nichts los war. Also da ging es in den Minusbereich. Da kann ich dir gar nicht sagen, wie oft ich gerade in den Sommerferien diese James-Bond-Filme gesehen habe. Ich kann die ganzen alten Filme mitsprechen. Und die haben für mich auch, wenn ich die heute noch gucke, immer das Gefühl von Sommerferien. Sommer, ich weiß nicht warum. Egal wo, ich habe immer das Gefühl, weil ich damit meinen Hauptteil der Ferien verbracht habe. Also das ist klar, also alle Bond-Filme, es stirbt langsam. Dann natürlich so die alten Leben des Brian und Sinn des Lebens, Monty Python. Also einige, die aus dieser Zeit eben waren, die wurden rauf und runter gedudelt. Und wenn du eben aber mit Sound beeindrucken wolltest, dann hat man natürlich meistens einen Action-Film geholt, um irgendwie zu zeigen, wie die Kugeln um einen herum pfeifen und so. Und da musste man dann schon ein bisschen immer in diese Richtung greifen. So ist es ja bis heute. Also auch bei Dolby, wir zeigen natürlich furchtbar gerne Action-Szenen, auch wenn es stille Momente gibt, die in Dolby-Atmos gut wirken. Aber es ist natürlich beeindruckend. Wenn das besagte Flugzeug, von dem du gesprochen hast, dann auch aus der richtigen Ecke in die andere richtige Ecke fliegt und man da wirklich mit drin ist, ganz klar. Jetzt haben wir über besonders gute Filme gesprochen. Wenn man mit Olli Kalkofe spricht, muss man aber auch über ganz schlechte Filme sprechen. Da kommt man ja nicht drum rum. Schlefatz ist ja ein unfassbar cooles, geiles Fernsehformat geworden. Und ihr habt euch, dass dich mit Peter Rütten plötzlich ganz professionell mit den schlechtesten Filmen aller Zeiten beschäftigt. Wie kam es dazu? Ja, es hat mehrere Gründe. Also erstens war es immer so ein bisschen mein Bestreben, aus was Blödem was Schönes zu machen. Also aus scheiße Gold und also aus irgendwie Erlebnissen, die dich geärgert haben, das umzudrehen, dass du darüber lachen kannst und dich darüber freuen kannst. Das war schon der Grundgedanke von der Mattscheibe, dass du also über schlechtes Fernsehen redest und dann darüber lachen kannst. Und so war das eigentlich, das wurde dann so fortgesetzt für Filme. Und das kam einmal, weil halt Tele 5 zu der Zeit, als wir damit begannen, wirklich sehr, sehr viele solche Trashfilme und schlechte Filme im Keller liegen hatte. Und so die Idee aufkam, dass ich mal sagte, hey, mach doch die schlechtesten Filme aller Zeiten. Alle behaupten immer, die besten zu haben. Wie albern ist das? Seid doch stolz darauf, dass ihr die Scheiße habt. Und daraus entstand die Idee. Dann habe ich mich mit Peter Rütten zusammengetan und wir haben das Format entwickelt. Und wir haben auch nicht geahnt, dass das so erfolgreich wird und wir das elf Jahre lang bei Tele 5 durchgezogen haben und es auch weiter durchgezogen hätten, wenn nicht der Sender jetzt irgendwie eben sich entschlossen hätte, gar nichts mehr zu machen. Also Tele 5 hat inzwischen jetzt null Mitarbeiter und null Eigenproduktion und gar nichts mehr. Da werden nur noch vorhandene Inhalte abgespielt. Also das hatte nichts damit zu tun, dass wir keinen Bock mehr hatten oder die Quoten nicht mehr waren oder so, sondern im Gegenteil. Wir suchen jetzt halt ein neues Zuhause und hoffen, dass es weitergeht und auf der Bühne werden wir weitermachen und so. Weil das so einen Spaß macht und das so schön ist. Und es war für uns eine Aufarbeitung von Traumata. Also einfach zu sagen, früher hat man so viele Scheißfilme gesehen. Also jeder, der gerne gute Filme guckt, jeder, der gerne Filme guckt, hat auch, also meistens ja unfreiwillig, ganz viele schlechte Filme gesehen. Das ist ja Fakt, weil du ja nie weißt, wie er ist vorher. Und wer gerade so eben in den 70er und 80ern auch groß geworden ist, ich habe auch ganz viele, ganz beschissene Filme im Kino gesehen, als Kind noch und als Jugendlicher. Und da habe ich damals immer gedacht, wenn ich die schlecht fand, ich habe die wahrscheinlich nicht verstanden. Vielleicht bin ich noch zu jung oder das ist mein Fehler. Ich habe irgendwas nicht kapiert. Weil ich dachte immer, so naiv war ich, das ist doch ein Film, da ist doch Geld für ausgegeben worden. Und ich habe doch dafür bezahlt. Also da wird mich doch keiner bewusst verarschen. Bis ich dann später merkte, doch, sehr bewusst sogar, du wirst verarscht. Und das ist oft sogar kalkuliert. Und das ist jetzt halt schön, das so aufzuarbeiten. Und auch gerade so, die machen uns immer am meisten Spaß, Filme aus den 70er, 80ern so und Anfang 90er. Weil das sind die, auf die wir wirklich reingefallen sind. Ob nun im Kino oder in der Videothek oder sowas. Und die kannst du jetzt noch mal vornehmen und daraus eine Party machen und das feiern und dann mit anderen Spaß haben. Das ist geil. Jetzt muss ich ja mal kulturkritisch fast sagen, ihr habt ja dem freiwilligen Gucken von schlechten Filmen quasi eine Berechtigung gegeben, die es früher so noch nicht gab. Und das ist natürlich alle ehrenwert. Also insofern, die schlechte Nachricht, die wir da vor ein paar Wochen gekriegt haben, die versuchen wir mal wegzustecken. Und wir drücken euch die Daumen, dass ihr da einen guten Weg findet in der Zukunft natürlich. Denn wir wollen weiter von euch beraten werden. Unbedingt. Nein, wir werden alles tun. Und bis zum Ende des Jahres geht es ja auch noch weiter. Also bis kurz vor Weihnachten gibt es ja noch zum Glück viele neue Folgen. Da kann man erst mal auftanken. Und dann hoffen wir, dass wir, wie gesagt, irgendwo anders unterkommen. Und live werden wir ganz viel machen. Also wir brauchen das auch für uns selber. Für unsere Seelenhygiene und für unser mentales Heil brauchen wir das. Kann ich mir gut vorstellen. Entschuldige. Nein, ich wollte nur sagen, dass du natürlich, wie ich in der Anmoderation ja schon gesagt habe, ist es ja noch nicht mal übertrieben. Ihr habt ja wirklich eine sehr loyale Fanbase. Also gerade auch jetzt nicht zuletzt über Schlefatz bekommen. Aber eigentlich kann man ja schon fast sagen, seit dem Frühstücksradio pilgern dir ja Leute hinterher, möchte ich mal fast sagen. Und wir scheinen ja so ein bisschen uns quasi rückwärts in der Zeit zu bewegen. Weil Kalkufes Mattscheibe ist natürlich das, womit du ganz groß aufgetreten bist, womit du bekannt geworden bist. Womit du ja, glaube ich, korrigiere mich, ich habe jetzt wirklich freier Fall und ich lehne mich aus dem Fenster, auch schon mal Sender gewechselt hast, oder? Ja. Du kennst es, wie es ist, wenn ein Format, das gut ist, einfach ein neues Zuhause findet. Das heißt, wir sind alle sehr positiv. Aber ich meine, das ist ja quasi dein Home-Turf. Und soweit ich weiß, wird die Mattscheibe ja bald 30 Jahre alt. Können die Fans da hoffen, dass du eventuell, dass da auch noch was gibt? Auch da ist es so, es stimmt, da habe ich ja mehrfach den Sender gewechselt, von Premiere zu... Genau, erst Premiere, also Vorgänger von Sky. Dann ging es kurz, kurzer Mini-Abstecher ARD. Dann war es ProSieben, dann Tele5. Also auch da, ja, das Lustige ist ja wirklich, dass diese verschiedenen Formate die Menschen so lange begleitet haben. Und das ist ja auch das Tolle und das ist auch das Schöne und das ist auch das, was ich als Ermutigung an andere Menschen weitergeben möchte. Wenn du etwas machst, wo du selber dran glaubst und wo du selber richtig Spaß dran hast und dann noch das Glück hast, dass es vielleicht gut ist und auch von anderen gesehen wird und die es auch mögen, dann bleibt das und dann merkst du, das merkt man aber eben erst, wenn man älter wird, weil sonst weißt du ja nicht, wie lange sowas überdauert, dann merkst du plötzlich, dass das richtig was Besonderes ist und dass das auch die Menschen irgendwie berührt und das ist super. Und ich bin echt so happy, wenn ich immer die Geschichten höre von Menschen, die damals bei Premiere noch Mattscheibe aufgezeichnet haben, auf Kassette, die früher Frühstücksradio gehört haben in den 90ern, die da noch immer davon Sachen zitieren können, die jetzt Schläferz kennen, die die Wichserfilme gesehen haben, was auch immer. Das ist toll und das ist eben wichtig, wenn man was wirklich macht, wenn man selber dran Spaß hat und selber dran glaubt, dann kann das funktionieren. Und deswegen, ich gebe die Hoffnung nicht auf, also die Mattscheibe, ich werde in letzter Zeit so häufig darauf angesprochen, weil viele erst jetzt mitbekommen, dass es die gar nicht mehr gibt, dass die vor zwei Jahren schon bei Tele 5 eben auch aus Kostengründen, als sie schon fast alles eingestellt haben, also Schläferz hat es noch echt lange ausgehalten, noch zwei Jahre länger und wir sind die Letzten, die jetzt das Licht ausgemacht haben. Aber das war Wahnsinn. Und deswegen, also mal gucken, Mattscheibe, ich hätte große Lust und ich fände es auch, ehrlich gesagt, ohne, dass ich das jetzt zu hoch hängen will, aber ich finde, es wäre nötig, weil es gibt momentan keine richtige Medienkritik, die sich eben so um alles kümmert, also um Trash-TV, aber auch um gehobenes Fernsehen, um Politik im Fernsehen, um Gesellschaftspolitik im Fernsehen, um die anderen Medien und sowas, das gibt es irgendwie leider gar nicht mehr. Es gab eine Zeit, da gab es sehr viel davon und jetzt ist es wenig geworden. Und das schlechte Fernsehen findet ja seine ungebrochene Fortsetzung. Ja. Es wartet ja auch quasi förmlich, es bettelt quasi völlig um neue Folgen. Was kitzelt den Kalkurator denn heute so? Hast du schon, kannst du mal ein, zwei Sachen nennen, wo du sagst, das wäre eine Fundgrube sozusagen? Also es ist momentan, also erstens mal die ganzen Trash-Dinger, die ich ja schon alle hatte, die ja immer wieder weiterlaufen von Love Island über Sommerhaus und Pomi Big Brother und weiß nicht, was da alles kommt, hast du natürlich ohne Ende, das ist immer schon mal was, aber viel spannender noch im Moment sind ja wirklich die Sachen, die sich auch noch eben über YouTube und andere Kanäle so tun. Also dadurch, das haben wir ja auch ein bisschen erweitert, ist es ja so, dass jeder zum Sender werden kann. Jeder Mensch kann heute, wenn er will, zum eigenen Sender werden. Und früher habe ich von eher so Menschen, die jetzt nicht bezahlt vor der Kamera standen, die Finger weggelassen, weil ich immer gesagt habe, das sind eher die Opfer, die da reingezogen werden. Heute ist es anders. Das heißt, heute ist es so, dass eben ein Großteil der Menschen sich einfach selber zu einem Medium erklären können oder sich in Medien reinmischen und dass du plötzlich als Zuschauer und als Publikum gar nicht mehr weißt, was ist wahr, was ist nicht wahr, wo kommt was her. Und dieser Irrsinn, der wird auch einfach weiter verbreitet. Das heißt, du musst dich auch darum kümmern. Das sind zwar so kleine, das sind überall so ganz kleine Herde, die irgendwo nur brennen oder lodern. Und egal, ob das jetzt nur Blödsinn ist oder Irrsinn oder einfach nur Beschiss, die ganz was an Instagrammern und anderen, die einfach Leute betrügen und irgendwelche Beschissformate für sich selber da erfunden haben, wo sie Leute abzocken oder einfach billigste plumpe Werbung machen oder ob es eben wirklich Fake News sind oder ob es eben irgendwelche Verschwörungstheorien oder sonstiges ist, die muss man auch mal ans Licht zerren und öffentlich lächerlich machen oder satirisch irgendwie behandeln, damit man noch das Echte vom Falschen unterscheiden kann. Das ist ja so schwer. Das war auch schon in der Mattscheibenzeit in den 90ern so, dass die Menschen gar nicht wussten, wie, was, das gab es alles? Das, so eine Scheiße ist gelaufen. Ach so, diese Fake-Sachen da, diese Scripted Reality-Sachen und so, das ist gar nicht echt. Wir denken das immer, wenn wir uns damit auskennen, aber ein ganz großer Teil der Menschen weiß das nicht auseinanderzuhalten und weiß eben auch nicht, welche Fake-Newsportale echt sind und welche nicht und so, weil heute sieht einfach alles so aus. und mit KI wird es noch schlimmer werden. Also das heißt, da wäre es, finde ich, absolut notwendig, sowas zu machen. Und da würde ich vor allem jetzt momentan sehr in diese Internetgefühle da auch reingreifen. Da gibt es so viel zu entdecken. Gibt es denn, jetzt muss ich trotzdem, auch wenn das vielleicht eine komplett banale Frage ist, aber gibt es aus all diesen Dingen, die du jemals gesehen hast, sowohl Film als auch Fernsehen, das eine, das Schlechteste aller Zeiten, dass du so, jetzt ohne zu lange zu grübeln. Nein, das ist der heilige Gral der Scheißigkeit sozusagen. Jetzt sozusagen, genau den. Das nicht, es gibt viele heilige Gralse, kannst du so sagen, also oder Gräle oder Grala. Ich weiß nicht, wie es heißt. Wir recherchieren das nochmal. Weil es wirklich immer wieder was gibt und auch eben dieses, was man scheiße findet, ist auch immer so subjektiv. Das kannst du halt nie finden. Genauso wie du auch nicht sagen kannst, das ist der beste Film aller Zeiten oder das ist der schlechteste. Du wirst immer Leute finden, die sagen, totaler Schwachsinn, was du da sagst. Finde ich genau das Gegenteil. Und so ist es bei mir auch. Ich habe immer, wenn ich wieder was geguckt habe, denke, boah, es geht doch nicht schlimmer. Also im Fernsehen, so ein paar Lowlights, das war sowas wie Naked Attraction, wo du halt nur noch nackt in irgendwelchen Glaskabinen nach Arschpimmel und Brüsten ohne Kopf zur Partnersuche hingestellt wirst, wie im Supermarkt und im Tresen. Fand ich ganz, ganz furchtbar. Was die Filme angeht, da waren so für mich die Lowlights sowas wie Lass Jucken Kumpel, weil das war so 70er Jahre billig, möchte gern Porno, der aber sowas von ekelerregend, öde und scheiße war, da möchtest du danach nicht mehr auf diesem Planeten leben, wenn du das siehst. Also weil der ist weder erotisch noch irgendwas, sondern der wird nur gebumst und gesoffen auf die ekelhafteste Art, da willst du nichts mehr mit zu tun haben. Also das gibt dann so Momente, die einen selber, warum auch immer, so besonders erschüttern, andere sehen das dann ganz anders. Und es kommt dann immer wieder was Neues, dann sehe ich wieder was und denke, boah, dass es so scheiße geht, habe ich nur auch nicht gedacht. Also das heißt, es ist eine nach unten offene Skala und deswegen kann ich dir nicht sagen, was das absolute Lowlight war, da kommt immer noch was, was drunter geht. Naja, aber vom Schlechtesten müssen wir eigentlich, glaube ich, jetzt auch langsam zum Ende kommen, nämlich zum Besten und ich befürchte ja, du warst nicht nur unser erster Gast, sondern du wirst auch einer der Besten auf lange Sicht bleiben. Wir waren sehr, sehr geehrt, dass du bei uns bist und wir sind es auch immer noch und freuen uns darauf, dass wir uns, wenn wir dich vielleicht mal in einem halben Jahr, Jahr nochmal wieder anrufen dürfen, vielleicht kommst du ja nochmal wieder, würde uns sehr freuen. Immer gerne. Ich bin jetzt erstmal hier gewesen, um die Latte hoch zu hängen, wie man das so schön sagt, damit ihr einen Qualitätsmaßstab habt für die Zukunft und wenn der wieder nachjustiert werden muss, sagt einfach Bescheid, dann komm ich wieder. Dann sagen wir wieder Bescheid. Ja Mensch, vielen Dank. Das machen wir auf jeden Fall. Danke dir. Sehr schön, hat Spaß gemacht. Danke, tschüss, tschüss. Mensch, Lasse, danke dir, Olli. Das war großartig. Er hat die Messlatte hochgelegt gleich. Also was die Interviews betrifft. Er hat es ja schon gesagt, genau, also da müssen die anderen erstmal drüber. Also ich kann aber sagen, wir haben eine echt gute Mischung für die nächsten Wochen vorbereitet. So viel kann ich schon mal versprechen. Also insofern, ich hoffe, es hat euch heute wirklich gefallen. Denn das war es leider heute mit unserer ersten Folge Music in Movies, der Dolby Podcast. Hoffentlich war was für euch dabei. Lasst uns auf jeden Fall gerne hier eine gute Bewertung da in eurem Podcastportal oder schreibt uns, wie gesagt, über unsere Dolby Deutschland Kanäle auf Instagram und Facebook. Euer Feedback ist uns natürlich wahnsinnig wichtig. Gerne auch eure Anregungen, was möchtet ihr gerne mehr oder weniger hören in diesem Podcast, lasst es uns gerne wissen. Die wichtigsten Links dazu findet ihr hier jedenfalls in den Shownotes. Ganz genau. Also wie gesagt, wir haben Versprechen euch, in 14 Tagen sind wir da mit der zweiten Ausgabe von Music in Movies, der Dolby Podcast. Und bis dahin viel Spaß mit dem ganzen Entertainment, was euch da auf der Welt einströmt. Es ist genug auch, dass wir in zwei Wochen nochmal drüber sprechen können. Ganz genau. Und das alles natürlich am besten den Dolby. Natürlich. Den Schlusssatz habe ich ihm überlassen. Mr. Dolby, es war mir ein Vergnügen. Es war mir eine große Ehre. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, Andreas. Tschüss, Sven. Musik und Movies Der Dolby Podcast relaxed. Bis zum nächsten Mal.